Ein Hirte, der Tommy heißt. Nach dem Essen sagt Papa, Also, dann schauen wir mal. Und bevor Paul und Sophie sich streiten können, wer dran ist, das Päckchen zu öffnen, sagt er, Diesmal darf ich. Ich war schließlich noch nie dran. Aber nur heute, ausnahmsweise. Mama, Paul und Sophie schauen gespannt zu, wie Papa das Päckchen aufmacht. Kein Nikolaus, kein Wirt, keine Wirtsfrau. Oh, ein Schäfchen, ruft Sophie. Und ein Hirte, ruft Paul. Papa stellt das Schäfchen und den Hirten vorsichtig auf den Tisch. Das ist ja der Tommy, ruft Mama, als sie den Hirten sieht. Sie lacht. Wieso Tommy? Wundert sich Papa. Tommy ist der Bruder von Sabine, erklärt Mama. Er ist oft mit herübergekommen, wenn Sabine und ich für die Krippenfiguren genäht und gemalt und gebastelt haben. Meistens hat er aber bloß Unsinn gemacht. Einmal, als wir den Stall fertig aufgebaut hatten, hat er ein dickes Plastikschwein an die Krippe gestellt und ein anderes Mal ein Auto auf den Weg zum Stall. Er hat das lustig gefunden. Mama nimmt den Hirten vom Tisch und zupft ihm einen Ohren. Der Tommy hatte genau solche abstehenden Ohren wie der Hirte. Deshalb haben wir ihn Tommy genannt. Sie stellt Tommy auf den Tisch zurück. Früher hatte er eine Umhängetasche, stellt sie fest. Alle Hirten brauchen eine Umhängetasche. Da sind ihre Sachen drin. Und ihr Essen. Brot und Käse. Vielleicht ist sie noch in der Schachtel, sagt Sophie. Aber da ist nichts. Tommy hat seine Tasche verloren. Er hatte auch einen Stock, erinnert sich Mama. Die Hirten brauchen einen Stock, damit sie sich wehren können, wenn ein Wolf kommt und eins von den Schafen rauben will. Den Stock hat Tommy auch verloren. Kein Problem, sagt Papa. Ich mache ihm einen neuen. Oh ja, Papa, und eine neue Tasche, ruft Sophie. Aber Taschen muss man nähen. Mit einer dünnen Nadel und einem feinen Faden. So etwas kann Papa nicht. Das macht die Mama, sagt er. Sophie und Paul tragen den Hirten und das neue Schaf zu dem Glastischchen neben dem Sofa. Hat es auch einen Namen, Mama? fragt Sophie und stellt das Schaf neben Susi. Mama denkt nach, aber sie kann sich nicht erinnern. Dann soll es. Sophie überlegt. Dann soll es Rika heißen.